Hallo und jetzt willkommen zur nächsten Folge auf Perkmalgeloadet mit mir, der Marc, es geht weiter. Ja, kaum ein Anschlepper. Wie gedacht, nichts passiert, alles hervorragend gedownloadet, es läuft. Hätte ich nicht gedacht. Gut, dann machen wir weiter. Dadurch, dass wir jetzt ja noch ein bisschen zu tun haben mit dem Projekt und die Pause jetzt nicht allzu lange gedauert haben, weil doch alles gedownloadet wurde, alles nur an und auch alles ohne Fehler. Außer eine Sache, der GC, der Euromod, äh, die Euromod-Echse, die hat sich verabschiedet beim Download. Aber die ist jetzt in 20 Sekunden auch fertig gedownloadet. Downloadet gerade extrem langsam, weil ich noch zwei, vier, fünf andere Mods downloade gleichzeitig. Und das dauert wohl noch Stündchen, denke ich mal. Hoffentlich hat der nicht zu, der Laden hier oben. Das wäre jetzt so die leichte Vollkatastrophe, glaube ich. Ne, ist offen, ist doch schön. Und wir haben ja Glück, der Euromod ist schon fertig gedownet. Ach, läuft aber halt wieder. So, und wenn wir Glück haben, müssen wir da eigentlich nur drüber fahren und dann ist das leer. Kurz gucken, ob der auch komplett leer ist. Ja, ist komplett leer. Pendeltieren, Lager, stopp. Ich weiß, ich komme jetzt auch direkt zum Befüllen. Jetzt wird ein bisschen Radlader-Action gemacht. Den Anhänger mal wieder voll knallen. Wie viel Geld hat das denn jetzt gebracht? Ich habe drauf geguckt, aber so 60, 70.000 hat das doch... Hey, wir waren bei 80, gut. Bei 50, 60.000 hat das jetzt gebracht, eine Ladung. Ist doch gut. Ich weiß zwar nicht auswendig, ob der Sprit sich dafür rentiert gemacht hat, den ich da ein bisschen reingeballert habe in den ganzen 50 Gramms. Aber ja. Alter, ist das kalt. Nachdem es ja bei mir am Freitag so schön warm bei uns war... Also, was war warm? Also, für mich, ich fand's, nach Flaschen zu kriegen und Trigger fahren läuft. Ich dachte, dass es ja am Freitag bei uns mega warm war. Fand ich zumindest. Ich bin halt... Ich hab... Woher hat das 5? Hat das 6? Lass es 5 Uhr gewesen sein. Dann bin ich mit meinem Gastabler aus der Firma rausgefahren, um ein bisschen Dreck wegzubringen. Aus der Halle. Und ich hab gedacht, boh, jetzt sitz in Pullover, weil wir in Kälte. Weil es so gesagt, es ist halt zu kalt. Ach, nee, komm, das ist ja nicht weit, eben den Container kippen und fertig. Boah, das war richtig warm, ey. Ich hab mich richtig gewundert, ey. Das war richtig... Bin so rausgefahren, hab ein bisschen die Mulde leer gemacht. Und dann in der Reihung von... Boah, das war eigentlich ganz einfach in den Mulde. Denn heute Morgen aufgestanden war es schon wieder ein bisschen kälter. Aber gut. Ah, wir werden jetzt diese Folge nur... Wahrscheinlich ein bisschen aufräumen bei der Pelle Teelag, weil das da aussieht wie Ulle. Da möchte ich jetzt am besten, wenn alles gut läuft in der... In der Aufnahme jetzt dieser Nächste am besten zwei von der Sattel zu überweg bringen. Dann sieht es da oben nicht mehr ganz so schlimm aus. Ähm... Weil da ja, weil wir da noch 60k drin liegen haben, da werden ja noch... 40, 50 Paletten, 40, ja gute 40 Paletten, äh, noch runterkommen. Oder rauskommen. Das heißt, da werden wir noch so was zu tun haben, denke ich mal. Ähm... Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich ganz gut, gerne, ganz gut und gerne ein, zwei Palettchen wegfahren. Dass die uns nicht im Wege stehen. Weil das immer so ein bisschen ätzend ist, wenn da ein bisschen was im Weg steht und so. Das ist halt nicht geil. Ist halt nicht geil. Und ich möchte jetzt auch in dieser Folge nochmal erwähnen, ich lege euch die OMSI-Folgen und die Transroad USA-Folgen diese Woche sehr an den Herzen. Äh, weil ich OMSI-Folgen was geplant habe, da werde ich jetzt, ähm... Oder habe ich jetzt, die Folge kommt ja zwei Stunden nach, äh, OMSI. Kann ich euch ja auch schon erzählen, was ich halt plane, wie ich das technisch und so weiter umgesetzt habe. Ist, ich wollte euch eigentlich mal so eine Schicht von mir zeigen. Ich hab für heute Abend, äh, vier Stunden, äh, OMSI-BBS-Schicht angegeben. Hab auch schon meine Linien bekommen. Das ist die 389, die 2xDSP20 und die 249. Äh, sind heute Abend meine Linien, äh, die ich heute Abend abfahren werde. Äh, und dafür werde ich euch dann heute Abend mitnehmen. Komplett. Also die ganzen vier Stunden werde ich euch in der Aufnahme mitnehmen. Ich werde natürlich noch kurz, äh, ab und zu vielleicht was rausschneiden oder per Zeitraffer laufen lassen. Denn ich glaube, ich hab nämlich eine halbe Stunde Pause. Oder das heißt Pause nicht. Ich hab vom Gelsenkirchen Hauptbahnhof zum Recklinghausen Hauptbahnhof hab ich eine halbe Stunde Zeit. Da muss ich da hinfahren. Das hab ich gestern schon mal testweise gemacht. Das klappt. Ja. Wird eng. Ist es. Ich werd's vielleicht heute Nachmittag nochmal testen. Äh, indem ich mir einfach... Ich muss nochmal gucken, welchen Bus ich überhaupt fahre. Ich glaube, ich hab nämlich bei meinem ersten, bei meiner ersten Testfahrt, die ich gestern gemacht habe, den verkehrten Bus genommen. Ähm, und ja. Deswegen, das wollte ich gleich nochmal testen. Äh, auf jeden Fall werd ich euch dann heute Abend einfach mal mitnehmen in meine Fahrzeit, in meine vier Stunden. Äh, ich denke, das wird ganz lustig. Äh, dadurch, dass ich ja reiterisch vier Stunden Zeit habe zu labern. Aber, ich denke mal auch die Fahrten, weil die nicht ganz so auffällig, nicht ganz so interessant sind. Weil es halt... Ähm, ja, die 200, die 349 hatten wir bisher noch nicht in der Aufnahme. Die SB20 hatten wir, glaube ich, schon mal verlinkt, da ich die auch hin und zurück fahre. Äh, und das halt ne gute Stunde Fahrzeit zicke in Anspruch nimmt. Ach, ja, da war ja was. Ähm, ach. Ähm, ja. Denk ich mal, wird das für euch ganz angenehm. Werde ich auf jeden Fall was zusammenschauen, was ich da halt so mache. Ich werd halt wahrscheinlich auch ein bisschen Feuer anfangen aufzunehmen. Äh, das. Ach so. Äh, werd ich euch wahrscheinlich ein bisschen mitnehmen und einfach mal zeigen, was ich da halt so den ganzen Tag so mache. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 15, 16, 17, 18, 19 stehen hier. Da ist schon wieder ne komplett volle Lage. Ich weiß, dass kein Platz mehr da ist. Wenn ich jetzt aber erstmal die Paletten vorne aus der Pelletärlage direkt nehme, weil... Irgendwie... Ach so. Besser. Ich spiel Sound heute so leise, finde ich, aber ist doch egal. Ich hoffe, dass jetzt alles gut läuft. Oh. Schön bleibt. schön eng packen, dass man auch genug draufkriegt. Einer von... Wir müssen endlich mal erzählen, wieviel er da drauf passt. Dann können wir doch mal machen. Oder ich vergesse es. Nicht kaputt fallen. Jetzt lassen sich die Paletten nicht schieben, weil ich die gespannt wurde und angebracht habe. Da ist doch alles zum... Ach! Ich will den! Pascht doch! Oh, der ist fertig! Ja, wir wollen ja mal kurz dahin springen. Was wollen wir denn eigentlich machen? Wir wollten vorspulen, wollten wir. Wollten wir? Wir wollten. Dass wir am nächsten Tag weiter... ALT! Ja... So läuft das natürlich hervorragend, Marc. Äh... Ja... So... Oh... Naja... Wir wollen noch ein bisschen Platz sparen. Das heißt, wir packen da mal ein bisschen übereinander. Das Auflaufband hätte ruhig eine Nummer größer sein können. Das... Das man es vielleicht noch modular... Modular... Erweitern kann. Alter, das ist für ein Deutsch. Äh... Das wäre auch noch geil, aber ja... Ich glaube nicht. Nein... Komm rein da. Ah... Wir gucken jetzt mal kurz zum... Zum... Genau... Entlassen... Schließen... Und... Ah... Ich glaube wir arbeiten noch mal ein bisschen nach... Weil... Da gefallen mir ein paar Sachen noch nicht. Aber ja... Kriegen wir uns beseitigt. Okay... Wir können ja Dreck auch da reinfahren zum waschen, oder? was... 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 Schönen... ... Alter Vater... Na... Jetzt machen wir doch mal rumfahren, die Kanten kriegen wir zwar nicht ganz mit, Das ist halt die Felderbegrenzung, Alter, das ist ein bisschen dummisch, das ist alles geil. Vor dem Dreckhattrash, Alter, Marc, vor dem Dreckhattrash, Alter, vor dem Dreckhattrash, jetzt gleich zum Ding schicken, zum Säen, kriege ich da gleich jetzt mal noch eine Ladung Sprit. Die machen wir dann gleich komplett voll. Der Dreckhattrash ist ja nämlich vollgetankt und kann ganz entspannt gleich alle Felder von Säen. Jetzt halt noch gucken, was wir als nächste Investition von so einem Betrieb nehmen. Ich hätte eigentlich so ein bisschen Bock auf noch ein Feld, auf ein relativ großes eigentlich. Aber das müssen wir uns schon erstmal leisten können. Die großen Felder kosten ja unter eine Million, kriegst du ja eigentlich schon gar nichts mehr. Du kriegst ja nichts mehr geschenkt in dem Spiel hier. Eigentlich sollten wir mal... Eigentlich sollten wir doch mal einen Spielstand auf Hardcore machen. Aber ich weiß ja nicht welches wir auf Hardcore machen sollen. Und ich hab aktuell auch irgendwie... Ich will aktuell auf Bergmierwetter spielen. Aber am meisten Laune. Wir haben halt hier vier zu tun und kriegen halt relativ zügig die Felder... Oder was heißt, wir haben vier zu tun und haben halt hier wirklich eine relativ große Auswahl an das, was wir halt machen können. Und das ist halt, finde ich, für eine Aufnahme extrem wichtig. Und das wir halt auch teilweise ein bisschen Abwechslung reinkriegen können. Das ist ja eigentlich nie verkehrt. Das ist ein bisschen Abwechslung. Schadet ja nicht. So, jetzt werden wir das mal eben sauber machen und dann werden wir eben den... Sämaschierrecht da hängen und dann mal kurz gucken, was wir säen müssen. Guck mal, ich blink sogar vor Schutzgewäß. Schön hinschlafen. Waschen wir das mal und bringen wir mal das neue Gerät an. Gibt aber auch schmutzig aus, weh. Wenn wir immer so dreckig machen müssen, ist ja schlimm. Scheiben und Spiegel nicht vergessen, also wie ich siehst du. Steins hat so dreckig, also ja. Ah, lukt. Die gute Gruppe. Ja. Ja, ist noch dreckig. Von der anderen Seite nochmal, dann... ...sollte er einigermaßen sauber sein. ...wieder zusammenklappen. Dein JC und ich bedanke mich jetzt bei euch wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Danke. Ciao.